Okay. Nee, in August. Du sagst mir, wenn es läuft. Es läuft jetzt gerade. Okay, es läuft. Okay. HR1 Start. Ihr Morgenradio für Hessen. HR1 Start. Ihr Morgenradio für Hessen. Morgen früh mit Martin Wölke. HR1 Start. Ihr Morgenradio für Hessen. Morgen früh mit Dagmar Fulle. HR1 Start. Ihr Morgenradio für Hessen. Morgen früh mit Marion Kuchenny. So, Start haben wir. Jetzt noch die Königsdisziplin. Daten. Das ist mein Skript. In 16 zu 9, das ist eher 20 zu 2. Here we go. Heute ist Montag, der 2. Juli. Heute ist Dienstag, der 3. Juli. Heute ist Mittwoch, der 4. Juli. Heute ist Donnerstag, der 5. Juli. Heute ist Freitag, der 6. Juli. Das ist das Wochenende. Das überspringen wir dann immer. Ja, so geht's weiter. Heute ist Montag, der 9. Juli. Heute ist Dienstag. Nein, heute ist Mittwoch, der 30. Mai. Aber so weit arbeiten wir vor. Tschüss. Tschüss.